Hallo, herzlich willkommen zu meinem zweiten Let's Play. Ich habe im letzten Fail hergekommen, weil ich habe gespielt und sie aufgenommen. Ich habe hier die Dillie gebaut, ein paar Kisten gebaut, einen Ofen gebaut und eine Crafting Table versetzt. Das Bett habe ich in der Mitte gelassen, damit es ein bisschen bessere Radius gibt, damit ich pennen kann. Und jetzt ist während der ganzen Aufnahme der Bildschirm schwarz. Das tut mir sehr leid und eigentlich ist nichts Spektakuläres passiert. Als einziges habe ich das Texture Pack geändert. Ich verwende jetzt das Docu Crafter und nehme das normale Default. Und ja, das macht etwa nichts. Sonst schiesst mich einfach zusammen. Ich baue mir jetzt einfach mal ein Feld, weil es keinen Bock mehr in die Hülle zu erforschen. Auf der Grundlage des Lebens sicher. Ja, ähm... Ich baue mir jetzt erst... Nein, keine Spitzhacke. Äh... Holzfeldhacke. Ein Feldhacke. Und dann basteln wir uns hier ein schönes Feld. So, da, jene. So, circa so. Und dann noch Wasser holen vom See. Ob kein See ist... soilsfeld! Die hat der hier auch kaputt gemacht ... Nein, das angeklt jetzt aber auch gar nix. Heute funktioniert aber auch gar nichts. Und, Blalalaa thakt! So, tak, tak, da ... Ich habe zwei Seiten. Ich sollte jetzt Metall holen. Ich glaube ich habe zweimal Metall. Nein, ich brauche dreimal Metall. Wow, das lecker ist enorm. Ja, hier hinten. Das hinten und Eisenerz, Eisenerz. Nein, ich habe kein Eisenerz. Stimmt, 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 stimmt. Ich brauche ja für das abzubauen eine Steinspitzhacke. Genau, so ist es doch. Natürlich. Ich habe mir noch eine Facebook-Karte gesagt. Das war klar. Dann gehen wir hier mal weiter. Oh, was ist denn das so tief. Das ist ja eine Verarschung. Also, wir gehen das Eisenerz abbauen. Damit ich ein Kübel machen kann. Damit ich mein Überleben garantieren kann. Weil darum geht es, Minecraft. Hui. Da war ich letztes Mal drin. Als ich die Aufnahme vergeben habe. Da bin ich einfach nur bis hier vorne gegangen. Dann habe ich gesehen, dass es... ein enorm grosses Loch hat hier unten mit. Enorm viele Zombies. Und Creepers. Und Skelettes. Also nehme ich an, dass irgendwo ein Spawner hat. Von daher... Ich klaue mir einfach mal das hier ausziehen. Ah, das hasse ich. Ah, erwischt. Das hier nehmen wir auch noch alles mit. Ah, Gott. Super. Super Sache, super Sache. Das hat mir dort noch eine Fackel. Ah, da ist auch noch eins. Genial. Zum Glück habe ich das gemacht. Also wir bauen uns hier mal über, habe ich gedacht. Damit wir so einen kleinen Überblick haben. Über... Wie lang und wie breit und wie gross und wie klein. Das war meine Meinung. Ausser, dass ihr hier etwas dagegen gingen. Weil es niemand hat. Schon gerade ein wenig wundere, wie weit es mir da... Waaaaaa... Lava... Lava-lava-lava-lava... Ein paar Kacke... So könnte man eine Bedenkste nicht geben... Oder? Nein... Ich würde nicht seinen Ernst wieder etwas machen... Hoh... hô... Das ist noch... Oh... Leute, Leute... Das wäre noch... Das wäre noch... so 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 also also ich könnte alles wie ich es zum ersten mal erzählte wenn ich das erste mal wieder schufe Aber das weiss ich nicht mehr. Vielleicht wäre es gut, wenn ich ein paar Pfeile hätte. Nein, nicht hier. Nicht hier setzen, mein Freund. Nein, da gehst du halt runter. Da setzen und da. Ja, 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 runterfallen, Lars. Ja, ich heisse Lars. Das ist mein Name. Mein Private Name. Und machen wir trotzdem weiter schnell. Ich hätte eigentlich nicht so schnell auf meinen Wecker schauen, wie spät es ist. Und dieses Mal zumindest nicht zu lang machen. Oder zu wenig lang machen. Oder zu kurz machen. Oder zu recht eckig machen. Einfach zu recht machen. So. Weil ich darf, ich darf, ich darf hier noch etwas abbauen. Ah, er ist gestorben, dieser verdammte Doppel. Hä? Ah ja, ich habe mir ja zwei gemacht. Kohle, Kohle kann man immer brauchen. Ich hoffe jetzt einfach, es kommt nichts hier hoch. Weil das wird nicht bocken. Also es wird mir nicht passen. Es wird nicht vorne zu gehen und nicht hinten zu gehen. Es wird einfach mehr hoch treiben. Haufen vertrieben. Komm mal her. Bitte. Bitte. Nein. Ach Mann. Ich verbahe mich selber hier. So, jetzt wird es so funktionieren. Habe ich da springeln gehört? Habe ich da springeln gehört? Sieht ja nichts komisch aus. Oh. Hey. Werden kommt mir an? Ich mache da hinten ein Salto. Apropos Salto. Wenn wir das erwähnen. Ich persönlich mache ja Parkour. Wenn es jemand kennt. Kann ich mir mal sagen, wie ihr es findet? Ja. Ich bin ja dafür, dass wir das alles, in Anführungszeichen, legale Sportart lassen würden. Weil. Es kommt ja nicht mehr zu Schaden. Ausser wenn man selber zu dumm ist. Hehehe. Das ist ja manchmal passiert. Der eine von uns hat sich mal der Fuss gebrochen. Also. Das Fadenbein gebrochen. Ja. Weil er. Entweder uns nicht hat können. Oder. Keine Ahnung. Ja. Kann man auch blöd gehen. Es hat nicht unbedingt etwas mit der Intelligenz zu tun. Und es ist noch Tag. Hoffen ich. Ja. Es ist noch Tag. Es ist immer Nacht, wenn ich aus der Hölle rauskomme. Ich weiss nicht warum. Das Wetter hat aber es gegen mich. Natürlich. Kommt noch irgendeine. Scheiss. Scheiss. Gefotze. Die Aufnahme. Stirb Kuh. Stirb. Merci vielmal. So. Jetzt hinten haben wir noch Schaf. Wollen wir das Gumm bringen? Ja. Voll Deathmatch mit dem Schaf machen. Deathmatch. Haha. Du bist gestorben. Das grusiges Schaf. Da oben haben wir noch einmal Essen. Stirb. Stirb. Stirb Essen. Ich will die Essen essen. Essen muss man essen, weil es zum Essen ist. Es wird Nacht. Dann gehe ich mal. Mega bereit machen. Für das Schlafen. Das war schon ein Problem. Ich habe nicht schlafen. Es sind Monster in der Nähe. Es sind Monster in der Nähe. Ich habe das natürlich nicht geglaubt. Weil Monster haben mich nicht gerne. Hehehehe. Ich bin nämlich. Ein Minecraftler. Ehh. 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 Jetzt römer ich nicht das Erz. Oh Gott. Die scheisse. Blöde. Hure. Facebook-Anzeige regt mich auf. Das ist unglaublich. Ich glaube die schneiden ich raus. Falls sie es zu Stand bringen. Sonst hat sie halt drin. Das tut mir halt. Sehr leid. Ja komm. Lass durch. Lass stecken. Aha. Holzkohle und Kohle ist nicht dasselbe. Das tut mir enorm leid. Leute. Wegen dieser Facebook-Anzeige. Das wollte ich wirklich nicht. Ja. Ich glaube das muss ich dann auch. Ausschalten bis zum nächsten Mal. Wenn ich es aufnehme. Wenn ich irgendetwas aufnehme. Mal schauen was ich als nächstes aufnehme. Ich verspreche euch zur 11. Folge. Ehh. 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 Ich düşün wir das nochmal��i mit den anderen. Das habe ich glaube vier oder auch mehr. Glaub quieu Ehh. Ehh. zu sagen. Das Gewirr war an Fragen und Fragen und Fragen. Ja, ich schlafe. Und dann machen wir uns noch schnell einen Kübel, damit ich Wasser hole in der nächsten Folge. Zuerst machen wir noch etwas. So, nein, nein, nein. Jetzt sind wir noch ein Spinnenlaug. Nein, nein, nein. Oh, nun bin ich vergiftet. Ja, unglaublich.��. Genau, ich wollte einen Eimer, natürlich. Okay, dann werden wir in der nächsten Folge Wasser holen. Ich will Ich wünsche euch noch einen schönen Abend, es tut mir noch einmal wirklich leid, wegen dem, was ich verkackt habe. Also, sorry, und noch einen schönen Abend zusammen. Tschüss!